Das sind preis-spezifische Dataware-Haus-Systeme, die haben sich im Unternehmen sehr stark gepapiert, die haben wir schon gehört, wir haben einige solche Dinge, und diese Dataware-Haus-Landschaften kennzeichnen, verschiedene verstehende Fachbegriffe und Voraussagen, Dataschema und so weiter. Von mir ein herzlich willkommen, Julian Inzinga setzt das ein, wir haben es auch im Einsatz für Datenbanken funktioniert perfekt. Business Intelligence, ich brauche Systeme, um Entscheidungen zu treffen. Meistens nicht als Mitarbeiter, als Manager oder als Führungskraft. Welche Systeme helfen, um welche Entscheidungen zu treffen? Meistens ist es nicht ein System oder ein Warehouse, wo ich alles drin habe, meistens hat jede Abteilung historisch gewachsen, viele Systeme, wo sie ihre Informationen halten. Wie verknüpfen wir nun die Informationen? Wir haben eine Möglichkeit, wir laden sie in ein neues Warehouse, um es zentralisiert zu halten. Das ist eine Variante. Die Variante, die ich euch zeigen möchte, ist, wie wir mit Hilfe von einer semantischen Mittelschicht diese Daten abfragen können, dynamisch über verschiedene Bestände scrollen können und die auch gleich argumentieren und um weiteres Wissen bereichern können. Ausgangslage, da sollten im Grund auch Grafiken sein, die nicht da sind. Wir haben eine 3-Tier-Applikation, die aus einem Webserver besteht, einem Datenbankserver und einem GE-Server. Alle drei rennen auf unterschiedlichen Hardware- und Betriebssystemvarianten zum Beispiel. Und jetzt ist die Herausforderung, wir wollen wissen, Business-Kapazität, wie viele Business-Transaktionen schaffe ich es, mit diesem System noch zu realisieren. Ist es ein Service, das die Funktion des Businesses nutzt, ausreichend dimensioniert? Und wir wollen Ressource-Kapazitätsmanagement machen. Gut, Ressource-Kapazitätsmanagement ist leicht zu tun, weil jedes dieser Systeme, sei es ein Webserver, eine Datenbank oder ein GE-Server, und seine eigenen Monitoring-Systeme Daten liefert. Haben wir gar keine Grafiken dabei? Das ist LibreOffice, das PowerPoint darstellt. Okay. Ja, also normalerweise würden Sie jetzt sehen, zwei schwarze Kasten. In den einen Kasten sind die zu überwachenden Systeme und im anderen eine Vielzahl von Monitoring-Systemen. Ich habe die immer nur so gesehen. Okay, wir können es auch noch frei probieren. Wenn es nicht funktioniert, bitte direkt gleich fragen, wenn ich zu Ihrer Rede erzähle. Die Architekten haben doch die Abstraktion immer ein bisschen die Gefahr, abzuschwinden. So. Viele Kunden haben nicht das Glück, dass sie neu ein Rechenzentrum bauen oder eine IT-Infrastruktur, die ist historisch gewachsen. Da kommt zuerst vielleicht ein Mainframe, dann als 400-System, jedes hat seine eigenen Tools zu monitoren, Configuration-Management-Daten zu halten etc. Die Abteilungen, die diese Systeme betreiben, können natürlich damit mit dieser Information leben. Wenn Sie jetzt eine Applikation haben, die vom Mainframe unter heterogenem Welt Services konsumiert, werden Sie ein Problem haben, dieses Service zu messen. Ja, stark Technologie und Komponentenorientierung. Das entsteht meistens, wenn Unternehmen sehr starken Fokus in die IT legen. Alle Datenbanken werden von den Datenbank-Jungs betrieben. Alle Web-Server von den Web-Server-Jungs. Alle GE-Plattformen von einer Gruppe. Natürlich ist der Fokus dieser jeweiligen Management-Einheiten auf Ihre Technologie. Der Gesamtüberblick fehlt. Ja, jedes dieser Infosysteme, die wir im linken Kasten sehen würden, hält natürlich viele Informationen. Anzahl der CPUs, welches Betriebssystem, aktuelle CPUs, was ist die Garbage Collection, wie oft passiert es, was ist die Hip-Size von Java. Wie sammeln wir das zusammen, vor allem ohne die Bestände zu verändern? Weil die Mitarbeiter in jeweiligen Abteilungen wollen ja weiterarbeiten mit ihren Performance-Raten. Wir wollen eine gemeinsame Informationsschicht haben, wo wir alle diese Informationssysteme mit den relevanten Parametern sehen können. Wir wollen dies auch erweitern können, dieses Modell. Vielleicht um einen Dokumentationsbereich, vielleicht um eine hybride Cloud macht, auch um andere Services, die man zukauft, dass die genauso reinkommen. Es soll maschinell interpretierbar sein. Das heißt, auch Softwareagenten sollen intelligent genug sein, diese Daten zu verstellen und darauf Aktionen zu setzen. Ist in diesem Service sind nur mehr vier Datenbanken in einem Shardingprozess vorhanden, dann bitte bau eine weitere dazu oder schalte eine ab. Wir wollen natürlich internationale Standards verwenden. Jeder weiß, System-Management-Werkzeuge sehr zerküftet, um sehr schwierig, es sei denn über Enterprise Service Passes oder hinten über das Warehouse, sie zusammenzufassen. Und wir wollen natürlich ein Interface für alle Informationsdaten haben. So ein Business-Analyst oder einer, der sich die Service ansieht, wie komplex. Der will nicht in den Datenstrukturen herumkrabbeln von verschiedenen Warehouse oder verschiedenen Datenbanken. Der möchte das möglichst easy haben in seiner Sprache. So. Eine der Überlegungen, um sowas zu realisieren, war eine RDF-Best-Informationsdatenbank oder eine Mittelschicht, die im Grunde dann diese Daten auf Basis RDF zur Verfügung stellt. Kennt ihr RDF? Ja, super. Genau. Wir gehen nicht in die Tiefe, keine Angst. Wir scrollen nicht durch. Auf einem Slide, das wird dann leer sein, ist das Schichtenmodell vom Semantik-Web dargestellt. Das werden wir dann sehen. Die Überlegung war, wir nehmen das Common Information Model. Das ist ein von der Distributed Management Task Force verwendet, Standard, um alle Daten, die im IT-Management-Prozessen, IT-Infrastrukturen anfallen, modellieren und kategorisieren zu können. Die großen Anbieter, eine BMC, HP, IBM, die basieren alle auf dem Modell. Sie haben natürlich, Propriertärität muss weiter geschaffen sein, kleine Änderungen drinnen, aber prinzipiell sind ihre Daten um das Modell. Und die Idee ist der Ziel, in eine Ontologie zu transferieren. Ontologie als Begrifflichkeit des Semantik-Webs, das uns eine klare Kategorisierung gibt, welches Informationsbilden durch eine Abhängigkeit. Ah, teilweise funktioniert das. Okay. Jetzt sprechen alle über Semantik-Web, Neuronale Netze, RDF, URES, XML. Wie hängt das alles zusammen? Ich meine, jeder weiß, Tim Berners-Lee, RFC 1630 hat das angefangen. Auf der untersten Layer, also die Layer werden komplexe, höhere gehen. Man kennt die höher gegangen sind, das ist furchtbar und man braucht irrsinnig viel Zeit, aber es ist so ein bisschen das Schweizer Armeemesser, die lingua franca. Sei es nicht nur für Architekten, der Heimo wird es bestätigen können, es ist ein Wahnsinn, was man mit dem Tool machen kann. Tool, in der Anführungszeichen. Das ist eine Sammlung von vielen Sprachen, Konstrukten. URI wird jedem was sagen, Uniform, Ressource, Identifier. Ich muss das, was ich beschreibe, auch eindeutig identifizieren können. Witzigerweise beim RFC 1630, da eingestellt wurde, hieß es noch Universal Ressource Identifier. Bei irgendeiner Veränderung der Specification von D3C ist dann der Uniform Ressource Identifier dazugekommen. Auf der nächsten Ebene haben wir schon RDF. RDF ist ein, steht für Ressource Description Framework, ist ein Rahmenwerk für Metadaten. Besteht klassisch aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Was beschreibe ich, welche Eigenschaft hat es und welchen Wert hat es. Kommt dann hoffentlich noch eine Grafik, wo wir es leichter haben. Auf der nächsten Ebene haben wir schon die klassischen Rules, die kann ich abhandeln mit Wenn-Dann-Anweisungen, kann ich mir das vorstellen. RDF ist als Schema für RDF, um einer genaueren Sprache, Spracheindeutigkeit garantieren zu können, so wie XML Namespaces. Also XML hat ja auch eine freie Möglichkeit von Auszeichnungselementen. Also wenn sie international die gleiche Auszeichnungselement hätten für eine andere Bedeutung, wäre es ein Horror. Da gibt es die Namespaces, die im Grunde definieren, in dem Namespace heißt Slash Monat wirklich das Monat. In einem anderen Namespace würde Slash Monat monatliche Abwechung heißen. Unifying Logic setzt sich zusammen aus RDFS und RIF und das bezeichnet uns als die ganze Business-Logik, auf der ich aufsetzen kann, um OWLs, wo es von OWL, Full, Light und Medium glaube ich gibt und RDFs abzufragen, dann gibt es eine eigene Abfragesprache, SparkQL. Dann haben wir noch den Proof-Layer, der im Grunde der Annotationen nachvollziehbar macht, den Trust-Layer, der auf dem Prinzip basiert, ich vertraue Bekannten Informationen mehr als Unbekannten. Jemand, der autorisiert und angemeldet auf einer Webpage, zum Beispiel sagt, das Produkt ist gut, hat für die Software Agenten, die im Grunde der Bewertung suchen, einen höheren Stellenwert als einer der Asynonymous einloggt. Bei einer der Möglichkeiten. Oder wenn man es mit einem Expertensystem koppelt, der Senior Administrator hat mehr Gewicht in seiner Bewertung und seiner Information als der frisch gefangte Operator. Der Kryptoleo ist einfach digitale Signatur, zwei Schlüssel, Austauschverfahren, das asymmetrisches Kryptologieverfahren. Und ganz oben User Interface und Applications. Wir haben über einen RDF-Grafen gesprochen, die Graph-Darstellung ist die grafisch basierte Darstellung, die basiert klassisch auf dem Subjekt-Prädikat-Objekt. Und wenn wir es hier als Beispiel nehmen, der URI wäre OSPIG-RT-Server 1, das eindeutige Namen. Der hat die Eigenschaft, dass er eine CPU beinhaltet etwas, in dem Fall eine CPU 1 und die Url dazu wäre natürlich das Objekt. Jetzt kann ich dieses Objekt einerseits als Ressource darstellen, die weitere Eigenschaften dahinter verbirgt oder als Literal, als Literal wäre es mit Rechteck dargestellt. Das heißt, wir könnten, ich habe keine Maßpointer dabei, OSPIG-CPU Mitte draufdrücken. Ja, war ganz klein. Ich könnte hier genauso eine Verbindung machen, hat CPU-Loot und dann den Literal 12,9. Ich muss natürlich serialisieren dieses Dokument und das passiert entweder mit der N3 Notation oder jetzt vom W3C freigegeben und glaube ich auch als Standard definiert RDF-XML. Da ist ein RDF-XML-Beispiel. Ja, kurz zum Common Information Model. Wir haben schon zuerst gesprochen, DMTF verwaltet diesen Standard. Interessanterweise auch die amerikanische Energiebranche verwendet den schon sehr lange unter dem eigenen IEC 66 irgendwas Standard. Und die haben auch schon dieses ZIM-Modell übersetzt auf eine Ontologie. Aber wir kommen auch ganz hinten auf die Tools und du musst dich empfehle dorthin. Was ist ZIM? ZIM hat einen objektorientierten Ansatz. Ich schreibe es grafisch mit UML-Diagrammen, nicht grafisch-maschinenlesbar mit MOF, also Managed Object Format. Das ist Plattform- und Technologie neutral. Das muss ich mir auch schon ein bisschen beeilen. Das steht im Grunde aus verschiedenen, also aus dem SIM-Schema und dem Extension-Schema. Das SIM-Schema entspricht Common und Core-Model, was herstellerunabhängig ist. Erst beim Extension-Schema kann Microsoft oder wer auch immer seine Produkte da rein modellieren, aber das Kernmodell ändert sich nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt Softwareentwicklung draufsetzen, mit dem modellieren, sind Sie sicher die nächste Zeit noch auf dem richtigen Pferd. Ja, das ist die UML-Darstellung. Ich habe Schemas, ich habe Klassen, ich habe Properties. Interessant, im ersten Bild waren wir vor der Herausforderung, wie hängen die einzelnen Elemente des Services zusammen. Im SIM-Modell habe ich da die Klasse Association. Was sind aber jetzt die Vorteile von RDF, was im Grunde nichts anderes ist als ein Datenmodell, so wie SIM, gegenüber SIM. Es ist sicher leichter umfangreiche Topologie und wir sprechen hier nicht von einer Dreitier-Applikation, sondern vielleicht von Applikationen, die sehr viele Services callen, aggregieren Dinge. Also 3T-Applikationen, glaube ich, wie es mir alle sind sehr selten geworden. Ich kann natürlich die umfangreichen drüber leichter mit Kraftstrukturen. Ich habe im Grunde mein Bild mit sehr vielen, machen wir es einfach, runden Kreisen oder literalen, wo ich die Verbindungen dazu zeichnen und formulieren kann. Wenn ich jetzt zwei Unternehmen zusammen merchen muss, weil man sie aufkauft oder wir sind in einem Austausch mit einem anderen Unternehmen, diese SIM-Modelle sind irrsinnig schwer zusammen verknüpfbar. Eine Instanz, eine Instanz. Wir finden keine Möglichkeit, das zusammen zu knüpfen. Das kann RDF, Sie können bei jedem RDF-Trippel dranhängen, was Sie wollen. Das SIM-Modell ist sehr schwer erweiterbar, habe ich auch schon erzählt, schwer verknüpfbar und um es modellieren zu können, brauche ich Domainwissen auch, um es lesen zu können. Also wenn Sie keine Ahnung von IT haben, werden Sie mit dem SIM-Modell sehr wenig anfangen. Ja, wie könnte so ein Mapping passieren? Sie könnten sich Ihre eigene Ontologie zeichnen und dann versuchen, ein Mapping im SIM zu machen oder Sie nutzen das, was schon viele andere taten. Zum Beispiel gab es das Projekt für Knowledge-Based Workflow-Systems für Grid-Applications. Sie hätten schon eingestellt, aber aus dem Projekt, Open Source, kamen sehr viele Tools, wie zum Beispiel das Sinto RDF. Das konvergiert, fast problemfrei, ein SIM-Modell in eine OWL. Und auf der OWL können Sie dann natürlich alle Dinge tun. Es gibt dann natürlich noch das Java-geschriebenes X-SIM2 RDF, weil das SIM2 RDF schon eingestellt wird, das Projekt. Das ist auf Terminated Status. SIM-Tool, ein sehr mächtiges Tool, das auch selbstständig, also selber auf Ihrer Homepage, auf Ihrer Homepage, ein Modell, ein OWL-Modell zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn sich jemand interessiert, Protégé downloaden, das Modell laden und dann sieht man auch gleich den OWL-Begriff dazu. Spannend im Zusammenhang ist auch das Tool D2A. Das stellt relationalen Inhalt im Semantik-Web dar. Wer kennt OpenVirtuoso? Okay, Heimo frage ich nicht. Sie haben viele relationale Datenbanken. D2A stellt im Grunde einen SparkQL Endpoint zur Verfügung. Das heißt, er connectet sich gegen bestehende Datenbanken. Sie mappen sie in RDFs. Wenn ich falsch sage, korrigiere mich bitte. Und Sie können dann wirklich über ein semantisches Intra-Web durch die Baum-Topologie durchscrollen. Das ist sehr nett. Das ist von der Freien Universität Berlin. Das ist ein sehr nettes Tool. ISARIS ist ein Tool, um RDF-Dokumente zu bearbeiten, das ist von der W3C zur Verfügung gestellt. Jetzt wird man die Auflösung sehen. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten, diese Informationsstores, die Warehouses der verschiedenen Abteilungen abzufragen. Eine Möglichkeit, wenn die Datenbanken dort oder die Tools dort schon SparkQL Endpoints benutzen. Sehr empfehlenswert von der HP Labs, Open Source, Jena. Das ist ein Semantic-Web-Framework. Da ist fast alles dabei, was man brauchen kann. Ich kann es in Memory halten, die RDFs. Ich kann es mit SDP in eine PostgreSQL speichern. Ich kann es mit TDP in einen anderen Triple Store speichern. Sehr, sehr mächtig. Es ist Misesam und Open Virtuoso eines der Semantic-Web-Frameworks, die sehr spannend sind. Wenn ich keinen SparkQL Endpoint habe, das heißt, ich kann nicht abfragen mit SparkQL, kann ich mit D2A mit so einem Endpoint schaffen. Das heißt, ich mappe die relationalen Tabellen, die für mich interessant sind, und stelle sie mit D2A dann als SparkQL Abfragen zur Verfügung. Warum SparkQL? Machen Sie eine SQL-Abfrage über Zeige mir alle Server, die eine Datenbank mit Oracle 10G besitzen, die auf dem Betriebssystem Red Hat laufen, in den WLAN. Ich glaube, selbst wenn Sie gut programmieren, werden Sie sehr viele Inner-Joints verwenden. Und SparkQL sind jetzt sechs Statements. Mächtig. Mächtig. Wirklich mächtig. SparkQL kann nur readen derzeit. Der Update, Delete und Insert ist jetzt hier in Ausarbeitung als Draft. Aber wirklich absolut mächtig und wirklich das Schöne ist, die Output-Formate XML, JSON, ADF und HTML. Unglaublich nett. Ich glaube, das stimmt. Ja, genau. Was hätten wir jetzt geschaffen? Oder was haben wir geschaffen, was jetzt nicht bittlich dargestellt ist? Alle unsere Infostores, die die Applikationslandschaft bewirtschaften, arbeiten um eine semantische Schicht, damit ein Business-Analyst mit einem ATL-Browser drüber gehen kann, mit Brown-Source von der HP auch. Ein RDF durchbrowsen kann das Deto-Set und die Values von den verschiedenen Stores abfragen. Auf dem Output kann ich natürlich die ganzen Aktionen, Softwareagenten draufsetzen und sagen, mach mir das und das, wenn das eintritt. Sehr mächtiges Werkzeug. Und jetzt werden viele sagen, boah, wahnsinn, architektisch oder keine Ahnung von der Realität. Gibt es. Es gibt ein ganz witziges Startup, FluidOps, die komplett ein Cloud-Management-Tool geschrieben haben, was natürlich auch im Private-Cloud-Umfeld einzusetzen ist, das auf RDF-Technologie passiert. Wirklich sehr, sehr spannend. So. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen hinter ihm noch. Die Liste mögliche, interessante Tools. Bei der W3C finden Sie natürlich das meiste. Sehr gut gesammelt. RDF-Syntax, dann der SIM-DTMF-Standard und der D2A-Server der Freien Universität in Berlin. Spannend ist auch die Überlegung, wenn Sie sich andenken, SNMP kennt jeder. Sieht vielleicht noch nicht. Die Beschreibungssprache für SNMP und die MIP-D2B ist das SMI. Auch dieses Datenmodell könnten Sie transformieren in OBL. Das heißt, theoretisch haben Sie damit die Möglichkeit, Stärken von SNMP zu koppeln mit den Stärken vom SIM-Modell. Und Sie brauchen Ihre bestehende Landschaft noch nicht angreifen. Wenn Sie sich neu bauen, Web-Based Element Management als Standard, der basiert auf dem SIM-Modell und damit hätten Sie fast alles fertig, um eine fertige Automatologie für Ihr Unternehmen zu haben und durch die Infrastruktur scrollen zu können, zu navigieren mit Baustruktur oder über Knoten. Jetzt werden viele natürlich sagen, gibt es auch kommerziell natürlich zu kaufen. Die großen Suiten, sei es eine 3-Buchstaben- oder 2-Buchstaben-Hersteller, also HB oder IBM, bieten auch schon SPA-QL-Adapter für Ihre UCM-DPs oder normalen CMS-Systeme an. Das gleiche Thema, was der Julian gesagt hat, ich brauche natürlich die verschiedenen Zustände, die verschiedenen Daten der Disziplinen, um Configuration-Management, Kapazitäts-Management, Incident, Problem-Management gemeinsam machen zu können. Ich brauche auch dort meine Knowledge-Dokumente drinnen. Wie reagiere ich darauf? Das Incident kommt rein, ich möchte wissen, das ist der Fehler. Ist er Non-Error, ist er nicht Non-Error? Mit einem normalen Wehraus werden wir da irgendwann nochmal scheitern. Glaube ich, ja. Ja, danke. Darf ich Fragen beantworten? Fragen werden mindestens 5 Minuten Zeit.